Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu deiner Folge Minecraft und wir gucken mal wieder was wir heute im Kalender erhalten haben, also ab in den Store. Heute gibt es ein paar wunderbare Winter Skins, die jetzt noch zur, ja nicht mehr zur Weihnachtszeit, sondern einfach für den Winter noch gemacht sind, obwohl wir in Wirklichkeit gar keinen Schnee haben und der erst im neuen Jahr kommt, aber dafür gibt es dann hier schon mal in Minecraft ein paar Skins, dafür vier Stück erhalten wir wieder, das heißt wir haben daraus gelernt, erst hatten wir mal so ein Paket, kriegen wir zwei, jetzt wieder mit vier und das sollten wir auch beibehalten, von daher würde ich einfach mal sagen, bewerten wir das Ganze mit fünf Sterne, damit man auch sehen kann, dass wir das Ganze toll finden, dass wenigstens vier Skins kommen statt zwei, also lieber mehr als zu wenig. Wir können jetzt dann nur abwarten, was weiß ich, es kommt vielleicht wieder eine Karte oder hoffe ich mal noch zum Ende noch ein Texturpaket, wir dürfen gespannt sein. So, aber ansonsten machen wir morgen wieder ein Türchen auf, ich sage einfach mal, ja das war das Ganze hier von mir, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann haut's rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018